Da gibt's dann... Alles nur? Ja! Ey, das ist ja Wahnsinn! Ne, hier haben wir heller Land. Die hat eben Deutsch gesprochen. Was hat der gesagt? Das gibt's nicht. Was hat der gesagt? Wow, 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 das gibt's nicht. Guck, das Tabak. Ja. Dieser Tabak, ne? Guck, das Tabak. Guck, da haben sie ganze Bäume kauft. Ja. Dieses dunkle Tabak, ne? Ja, das ist eine verschiedene Sorte. Guck, den könntest du schon probieren. Ja. Da gibt's ja die Blätter dazu. Ja, die zum Einrollen, ne? Ja, ja. Wir haben das so süß gefunden, da hat uns da einer... Wir haben vom Tabak erzählt. Und der hat uns dann Tabak mitgebracht. Ah, ja. Ja, auch sind die verschiedenen Gewürze, ja? Ist das auch Knoblauch? Knoblauch, äh, ne? Zwiebel, ja? Zwiebel. Da kommt ja Knoblauch. Und das sind die scharfen Dinge. Ja, die Chilis, ja? Ja. Ja, so Tomaten. Da sind ja Bohnen auch da, ne? Bohnen. Und da sind ja die Wasserspinats, ja? Wasserspinats. Alles dann so traditionell. Das ist der Spinat, ne? Wasserspinat, ne? Wasserspinat. Den muss ich mal essen heute. Mhm. Das ist gut. Das sind ja die, äh, Battleblätter, was man zum Kauen gebraucht hat, ja dort in dem Dorf, ne? Die Blätter, ne? Ja. Das ist ja, äh, Kohle, genau, ja? Ja, Fisch verpackt in den, äh, äh, Bananenblätter, auch schon die Graben, ja? Mhm, mhm. Und da liegt da drin. Guck mal. Frisch, also von dem Meer. Ja, 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 von dem Meer. Kurkuma, ja? Ja, oder Ingwer, ne? Ja, Ingwer, ja? Okay, da ist, äh, Tamarin, ne? Tamarin, ne? Tamarin. Was ist Tamarin? Tamarin, so, das ist säuerlich, das ist sauer, ja? Ja, also, das hat, der Mann in dem Dorf hat uns auch gezeigt, ja? Ja. Kannst du das grüne Toastbrunnen erzählen? Ja. So, verschiedene Sorten von Bananen, da ist Süßkartoffeln, das ist ja getrocknete... Getrocknete Paprika, ne? Getrocknete Chili, ja? Chili. Oh, genau. Also, die können auch schon so lange halten, ja? Also, Monate lang, wenn die da getrocknet sind, ja? Getrocknete Kartoffeln? Äh, da ist Süßkartoffeln? Ja, Süßkartoffeln. Ja, Süßkartoffeln. Wohle? Ja. Und was alles gibt's? Hm? Gibt alles hierher. Kurken, Spielzeuge, die Tofu, Tempe, Kohl. Rettich, guck mal. Wie heißt das? Rettich. Bei uns. Rettich? Rettich? Genau, ja. Kann man so essen? Achso, kann man so essen? Lettich. Ah, okay. Alles Gemüse, ne? Alles. Alles. Ja, sehr verschiedene Sorten, äh, Blumenkohl, ja? Das ist Blumenkohl, ja? Ja, ja. Die Crackers, ja? Die Crackers, die muss man noch braten, ne? Die werden dann schon größer. Nach dem Braten werden die dann schon größer, ne? Ja. Verschiedene. Hier mal die Kuchen, ja, traditioneller Kuchen, ja? Klapon. Traditioneller Kuchen. Das heißt Klapon, ja, hier. Kannst du probieren, ja? Das Kuchen? Ja, das ist, äh, das ist aus, äh, Kokosnuss, ja? Mhm. Da kommt ja noch aus Klebreis, ja, da innen drin Zucker. Ah. Innen drin ist Zucker. Das ist, äh... Ach so, das musst du zusammen machen, das ist so ein Päckchen mit Gewürz? Ja, äh, Soße oder sowas. Das ist normalerweise aber Zucker, ne? Mhm. Das ist normalerweise Zucker. Das ist alles süß, ja? Ah, ja. Willst du... Wie leid ich es gerne? Schau. Wolle. Willst du probieren? Das ist... Das ist... Oh, der Zucker ist er, ne? Es ist schon Zucker drin, ja. Ja, ja, ja. Braune Zucker, oder... Ich esse den nicht. Nein. Was kostet das? 2.000, ja. 2.000 Rupias, ja. Das wird probiert. Da kann man ja alles essen, ne? Ja. Das ist... Das schmeckt schon sehr gut, ja. Also Klebreis ist ja auch schon spezieller Reis für Kuchen, ja. Kuchen, Kuchen. Und hier ist das... Hast du? Ja, ja. Ich gucke. Ah, 2.000. Hä? Hast du 2.000, ja? Ja, 2.000. Ja, kannst du dann aufmachen. Und dann einfach mal... Man muss aber einmal auf... Die eine dann einmal in den Bund dann reinlegen. Sonst dann spritzt es da raus. Ach so, du musst es in den Bund einfach. Kommt raus, ja. Komplett, ne? Ja, komplett. Auf einmal im Bund rein, ja. Komplett. Und kauen, natürlich. Mh. Lecker. Doch? Das ist lecker, ne? Versuchen, lecker. Komm mal. Das schmeckt schon. Was ist das? Das ist... Das ist... Das ist... Graspelter Kokos, ja. So kann man das machen. Einfach mal so... Also... Das schmeckt auch schon besser. So. Dann kannst du das so essen. Du? Auch. Echt? Gut. Kalabala. Mh. Mach du halt. Backpack ist gut. Mh. Okay, wir gehen weiter. Mh. Mh. Kaffee. Kaffee. Kaffee in... in die Tüte. Ah, gut. Mh. 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 Kaffee, Kaffee. Zu bitter? Dann nur so ein bisschen rein und etwas mehr Wasser. Also gibt es ja alles. Ja. Mandarina. Da gibt es auch Schlangenhautfrüchte. Die Salak. Äpfel, vielleicht kommt ihr aus der anderen Insel. Diese Birne sind gut. Birne, ja, genau. Das ist ganz günstig. Also im Hotel muss auch schon sehr teuer sein. Wie lange sind die Marienkirche? 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 Also 2 Euro. Vier Stück. Hörst du? Kannst du mitnehmen? Essen. Essen. Einfach so. Birne. Willst du nicht nehmen? Da haben wir ja eine Kühlschrank da. Das hat ein Kilo. Halt mal fest. Bist du fertig? Nein, ich habe schon. Oh, so. Okay. Die beste. Ups, das ist noch da aufgeworfen. Oh, guck mal. 30.000. Ja, hast du etwas, ne? Das Hotel. Ein Kilo, 30.000 Rupias, heißt 2 Euro. Die gibt es auch im Glück. Ja, das ist auch, das schmeckt auch, ja. Was ist das? Lenkeng. Lenkeng heißt das, ja. Lenkeng? Ja, Lenkeng, süß, ja. Das ist sehr süß, ja. Okay, ja. Das ist alles Öl, ja, Kokosöl, ja. Guck mal da. Kokosöl, selber gemacht, ja, zu Hause. Guck mal da. Händchen, ja, alle Teile werden dann gegessen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020